Dieter Bohlen und sein Sohn Maurice Kassian haben angeblich seit 17 Jahren keinen Kontakt. Jetzt ist Maurice sogar einen radikalen Schritt gegangen. Dieser junge Mann ist ein echter Hit. Doch nur einen scheint das wenig zu interessieren. Seinen Vater, Pop-Titan Dieter Bohlen. Das Verhältnis zu Sohn Maurice Kassian, aus der Beziehung zu Estefania Heidemanns, ist nicht das Beste. Angeblich haben die beiden sich seit 17 Jahren nicht gesehen. Traurig, ob sich der junge attraktive Kerl, der seinem Erzeuger ziemlich ähnlich sieht, deswegen auf Social Media Persico nennt. Wie sein geliebter Ziehvater Pino Persico, der 2015 mit 51 an Krebs starb. Tatsache ist, er wollte auf jeden Fall nicht Bohlen heißen. Dieter Bohlen und Maurice Kassian haben keinen Kontakt. Dabei hätte Dieter allen Grund dazu, stolz auf seinen Sohn zu sein. Maurice Kassian wurde gerade 18, ist nach New York gezogen. Hat dort beim Magazin Revista Rente angefangen, spricht mehrere Sprachen, hat Zeugnisse, die ihm hervorragende Leistungen bescheinigen. Warum also nimmt DSDS Juroer Bohlen so offensichtlich nicht am Leben seines Sprosses teil? Der Junge kann doch nichts dafür, dass die Liebe mit Estefania nur ein Jahr nach seiner Geburt zerbrach. Ob die beiden Männer sich jemals versöhnen? Es sieht nicht wirklich danach aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch die ZDF für funk, 2017